Ich mache jetzt Porridge. Guten Morgen erst mal. Ich bin ein bisschen müde. Wir haben jetzt halb sieben. Mein Porridge ist natürlich immer super wichtig. Schön ein bisschen Obst reinzutun. Hier habe ich noch getrocknete Datteln. Mein Porridge besteht eigentlich immer aus 100 Gramm Haferflocken und dann obendrauf so viel Obst, wie ich satt werde. 100 Gramm Haferflocken mit der doppelten Länge Wasser. Das ist das ultimative Porridge. Und ja, tue ich noch so 10 Gramm Leinsamen da rein. Jetzt ist hier auch gerade Dattel und Banane fertig geschnitten. Da auch schon mal rein. So, auch. Lecke wieder drauf. Schön auf so einer niedrigen Stufe kochen. Dann wird das überragend. Zu Banane und getrockneter Dattel pelle ich mir jetzt noch hier so eine Orange. Ist eigentlich echt geil. Die lassen sich irgendwie dieses Jahr einmal ein bisschen einschneiden. Und dann lassen die sich so gut pellen. Die mache ich noch. Und dann kommen eben auch noch Kokoschips. Oder wie heißen die? Kokoschips. Und dann haben wir das ultimative Porridge fertig. Ja. Und dann kann es losgehen mit dem Training. Heute stehen quasi zwei Einheiten an. Erst zwei Stunden locker rollen heute Vormittag. Und heute Abend fahre ich dann Zwift-Rennen als Trainingsan. Ich bin auch schon sehr gespannt. Mal schauen. Vielleicht streame ich das sogar. Genau. Die Oma schmeckt auf jeden Fall gut. Wird noch gepaid. Kommt da rein. Und dann geht's gleich los mit dem Training. Let's go. Tadaa. So, jetzt wird davon ein Foto gemacht. So, ein Foto für Instagram. Ihr kennt das. Daily Porridge. Schaut bei mir auf Instagram vorbei hier in den Link. Seht ihr das? Was ist das denn? Also, was ist hier los? Ich glaube, damit hat sich das geklärt. Ich gehe auf die Rolle. Krass. Das ist der erste Schnee dieses Jahr, den ich sehe. Dann geht's mal auf die Rolle. Mach ich mich jetzt fertig. Und dann geht's los. Ich habe auch gerade hier mal euch auf Instagram gefragt. Draußen oder Rolle? Und ja, was soll ich sagen? Bisher, ich habe es jetzt gerade vor zwei Minuten hochgeladen. Es sind fünf Stimmen für draußen nur Lappen und keine ganzen Spannend auf die Rolle. Aber, naja, ist mir auch egal. Ich gehe trotzdem auf die Rolle. Vielleicht wird sich das Ganze ja hier noch ein bisschen drehen. Die Stimmen sich ein bisschen anders verteilen. Weil so ist das Ganze etwas belastend. Wie sagt man beim Tauchen? Alles gut. Alles okay. Eine Stunde 58. Fast zwei Stunden sind rum. So, die erste Trainingseinheit ist rum. Zeit für die Verpflegung. Zeit fürs Mittagessen. Heute ist ihr Dinkel-Gnocchi. Ja, gute, langkettige Kohlenhydratquelle. Gute Proteinquelle, auch durch den Dinkel, der enthalten ist. Dazu gibt's dann für die Eiweißquelle einmal Tofu. Ein bisschen Paprika. Werd ihr einfach mit in der Pfanne anschwitzen. Und kleine Tomaten. Ja, das auf jeden Fall mein Mittagessen. Ich koche das Ganze jetzt. Jetzt essen, mich noch ein bisschen erholen und dann geht's heute Abend los mit dem Zwift-Rennen. So, ich fahre mich jetzt warm und dann kann es gleich losgehen. Hier das Zwift-Rennen am Donnerstagabend. Das Ganze ist ein Rennen mit Handicap. Bedeutet, es gibt Kategorie A, B, C, D und E. Kategorie E hat 8 Minuten Vorsprung. Als zweites startet Kategorie D mit 6 Minuten, dann C mit 4 Minuten, B mit 6 Minuten und hinten Kategorie A mit 8 Minuten Rückstand. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt einholbar ist. Ich starte in Kategorie A und bin dann mit 8 Minuten hinter denen, die zuerst losfahren. 10 Sekunden. So, 10 Sekunden, 5. 10 Sekunden, 5. 5 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten. So, das immer nochmal. sehr geil dass so viele hier von euch heute abend einschalten so ein bisschen erholen die brücke und dann geht es hoch immer bergauf sieben kilometer einmal diesen berg da hoch dann erholen oder durchziehen ich glaube bei dieser runde durch diese abfahrt hat man durch den windschatten der anderen keine chance also wird die taktik sein in den berg da ein zu ballern oben drüber ein bisschen zu erholen und dann auf einen sprint sich vorzubereiten ein bisschen zu spät vielleicht ein bisschen zu spät gespendet am ende sehr sehr knapp aber fast die höchste durchschnittswahrzahl vielleicht bin ich auch ein bisschen rumgefahren aber ich bin eigentlich zufrieden fünfter platz 304 average np 350 sehe ich hier am garmin das hat gut weg getan aber solange die trainerin in den chat schreibt sehr gutes training dann bin ich doch zufrieden dann hat das ganze hier doch hervorragend funktioniert ich glaube man sieht es mir an das war super anstrengend hat aber auch wirklich super viel bock gemacht ich fahre mich jetzt noch ganz easy aus euch auch vielen dank fürs zuschauen hier dieses vlogs ja ich weiß gar nicht mehr was ich noch sagen soll ich bin auf jeden fall ein bisschen im arsch also haut rein abonniert den kanal tschau ein bisschen süß ist ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017